Musik Guten Abend, die Herrschaften! Wenn ich Sie so anschaue, traue ich mich ja gar nicht zu fragen, wer heute Abend gewinnt gegen Ghana. Aber die Frage ist trotzdem, wer gewinnt? Deutschland! Deutschland gegen Ghana, wer gewinnt? Deutschland! Und wie viel? 5-0! 4-1! 5-0! Wer hat doch als Tipp? 2-0! 2-0! 2-0! 4-1! Sagen Sie doch! 5-0 für Ghana! Die Frage ist schon bereit? Hallo, der hat heute Abend gespielt! Deutschland! Und wie viel? Deutschland gegen Ghana! 4-0! 4-0! Hallo, guten Abend! Hallo! Was schätzen Sie? Ich warte gar nicht zur Frage hier! Deutschland! Aber wie viel? 3-1! 5-1! 5-1! 5-1! 5-1! 3-1! Was sagen Sie? 3-1? Kommt ins Halbfinale, ich bin ja schon weiter. Das ist ja immer drauf. Auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Was ist für euch der beste Spieler? Müller, Müller, Müller! Müller, Müller! Jetzt kommen wir ins Halbfinale. Los! Los! . . . . . Alle! 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 Die Mannschaft ist ein Mannschaft! 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 Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Kommt dann beim Händler her! Ein Lapp! Ein begeisterndes Spiel! Ein kurioses Finale! Hummels! Vielleicht noch ein Mannschaft! Schafft das noch mal! Özil! Die Mannschaft! Die Mannschaft! Die Mannschaft!